Das wird die nie vergessen. Die hangern im Saal ganz gerade. Schwimm mal hin, helf mal. Aber ich fahre mit dem Schlauchboot hin, dann nehme ich dir aber an Bord. Das Boot geht los! Das Boot geht los! Das ist so ein typisches YouTube-Video, ne? Aber original, ich dachte, die werden alle immer gestellt. Jetzt erschlagen die die mit dem Paddel. Das ist schlecht, oder? Sehr schlecht. Ich verstehe nicht, warum die ihn nicht nach hinten zur Wartepattform beschicken. Ich konnte nicht mehr. Aber für drei Männer an Bord ist das eigentlich blöd alles, ne? Das war ja im Fest und einer kümmert sich um die Uhr. Das ist eine Saal mit dem Wasser. Jetzt sind alle am Film. Der andere macht den schnell hoch. Schnell weg hier. Jetzt zerquetschen die die zwischen Boot und Wand. Die waren eigentlich gerade noch über dem Wasser. Ja, ist immer noch. Oh, war die Liebe. Eigentlich oft. Also ich könnte nicht in der Schlauchboot langs Sm scarce gehen. Der war bestimmt auch nicht so geplant. Hat dir das Wasser gefallen? Die ist geschubst worden.